Dieses hier angebotene Objekt befindet sich in Korschenbräuch. Das Objekt wurde 1990 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 72 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 125.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.